So, jetzt kann ich den Ausdrecken! Ja, ich kann die ganzen Ausdrecken, die ganze Wohnung nach Zurufe. Ich kann da loslassen, irgendwo in Albanien. Naja, voll egal. Wir fahren hier über den ganzen Land unterwegs und nicht nur dann eben auf. Theoretisch hat man eine Rundreise machen können, von A nach B nach C nach D. Ja eben, wenn ich hier nicht hin soll, kannst du das im Boot oder im Boot hier machen. Ja, das ist einfach so, wir wollen Dorehausen rein. Ach, da soll da einen stehen oder was? Vielleicht mal. Die Albaner sind immer die, die auch fallen, ne? Ich gucke den dann erstmal an, wenn das ein Albaner ist, sagt das ja dann alles, ne? Das ist gar nicht ein Wunder. Wo ist da hin mit dem Wunder? Naja. Entweder der Brenner oder der ist ja an die Streikel gefahren. Nee. Theoretisch wäre jetzt, also, wenn ich keine Protäna wäre, frei gewesen. Guck mal da unten. Zu Wunder. Guck mal. Guck mal da hinten. Guck mal Da hinten. Guck mal da hinten, ja. Guck mal da hinten. Nein, ich schätze Hremann. Die ist doch, die hast du den Mond, oder in den Wind oder in den Karten. Und dann wieder fragen wir unser Speicherfall ist. Nein, mache ich nicht! Mane! Hast du die Katzen schon? Freya! Sind sie reingepackt? Ja. Wo ist der? Da auf der Strecke wird der Unschrittsroller vorn gehen. Mama, warum sagst du? Scheiße! Ihr hättet reagieren müssen, wo der gewusst hat und einsteigen müssen. Der hat schon ein bisschen Wurstung jetzt. Habt ihr gesagt? Ohne Nachricht! Aufgeh! 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 Das ist ein Wetter, das ist ein Wetter, das ist ein Wetter.